Hallo und herzlich willkommen, ich bin Gustav, der App, das ist Road to Orion mit der Custom 762. Abschüsse aufgestützt und dann Kills von hinten, da brauche ich gar nicht drüber nachdenken, das kommt von alleine. Ein bisschen gespannt, wie das Ganze jetzt laufen wird, das ist jetzt alles mit einem PC. Sollte ja eigentlich super laufen, ne? Oh ja, das wären die 300 FPS, 4090 jetzt mittlerweile drin. So, und jetzt stehe ich hier, mache so. Oh mein Gott, der Triple Kill der App. Nein, was passiert jetzt hier? Ist das genial, Junge. Ist er wieder geheilt. Frage ist, ist das gerade zu einfach hier? Weil das ist ja, also das ist ja witzlos, oder? Oh, Waffe leer. Ich habe keine Muni mehr. Ich glaube, um 9 zu 0 bin ich gegangen. Ja, schade. Ich habe schon gehört, dass hier viel zu viele Blendgranaten geworfen werden von Leuten, die das nicht mögen. Oh, ich habe gerade nach oben geguckt, was ich da bekommen habe. Äh, wo habe ich mich gerade angelehnt, mein Freund? Da war nichts zum Anlehnen. Oh, von hinten, perfekt. Oh, der Schöne. Oh, ja. Also ich gehe davon aus, dass ich die angelehnten habe. Was soll ich tun, außer jetzt die Leute weiter töten, ne? Da habe ich gar nichts getroffen, gerade. Ich weiß leider nicht, wie viel mir davon noch fehlt. Ich glaube, mir fehlen immer noch, ähm, Kills from behind. Oh, ist das nervig. Ich hoffe, das war von hinten. Weiß es aber nicht. Aber wir machen mal das Ding an. Boah, ist das nervig. Also ich müsste irgendwie, ne, hinter Leute rennen. So, hier. Perfekt. Ich glaube, also... Boah, der hat sich gerade gedreht irgendwie. Ich weiß es nicht. Gott sei Dank. Ah, ist schon nervig gewesen gerade. Ich denke nicht, dass wir die von hinten Kills geschafft haben. Das letzte Mal, als wir das gespielt haben, hatte ich ein bisschen Probleme mit, ähm, Blendgranaten und so. Aber das ist wirklich ausgeartet und in meinen Augen, wenn du willst, dass das Spiel den Leuten Spaß macht, müsstest du da etwas gegen tun. Das wäre schon wichtig. Dass du einfach sagst, ähm, man kann, kann man, die ersten fünf Sekunden nach dem Respawn keine Granaten werfen. Zum Beispiel. Der hat beides nicht geschafft. Bei beidem eins. Dann machen wir so. Nein. Oh, das war von hinten. Perfekt. Und aufgestützt. So, wir haben den ersten Dreier, glaube ich, weil ich, ich gehe mal davon aus, dass der dazu zählt. Weil ich hab... Also eigentlich müssten wir zwei haben. Nein. Oh Gott, ich bin so stecken geblieben gerade. Äh, ich weiß nicht, ob ich... Ne, ich hab da keinen Kill geholt, ne? Alright, scheiß drauf. Zwei. Würde ich schätzen. Ich bin jetzt wieder nicht aufgepasst. Sieht man das irgendwo? Ne, ne? Okay, er ist aber... Der war hundertprozentig noch. Let's go. Oh. Wo ist der? Der ist da gespawren, ne? What? Oh, ist das gemein, Bro. Wenn du so kurz davor bist, ne? Oh Gott. Shotgun. Ey, Mann. Da ist er wieder. Bro, what the fuck? Also die Shotgun, die Reichweite von der gerade, ne? Ist ja ein Witz, oder? Verdammt. Nice. Zwei. Einen noch. Jawohl. Da ist... Oh, und ich habe Wiederaufladung. Also jetzt kann es losgehen. Ich glaube, wir sind bei so vier von zehn. Vielleicht auch nur drei von zehn. Je nachdem, wie gewertet wird. Oh, ich wurde gestickt. Okay, den haben wir. Eins. Oh nein. Ich lauf so weg einfach. Zwei, drei. Let's go. So spielt man den Shotgun-Spieler. Aber ich bin so weggerannt. Wie noch nie in meinem Leben. Oh, Alter. Also Joker hier spielen, hätte ich auch keinen Bock drauf. Äh, ich bin gespannt, dass es am Ende rauskommt, wie viele wir geschafft haben. Echt? Das waren drei auf jeden Fall. Let's go. Oh, was ist denn jetzt hier? Bro, also die... Der Granatenspam geht gar nicht klar. Also der geht nicht klar. Zwei? Yo, zwei. Komm, einen noch. Ne. Ich lebe noch. Ich lebe noch. Ich habe das Gefühl, dass hier jemand kommen sollte. Aber die kommen einfach nicht. Ja! 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 Zwei. Nein! So, das war noch ein Dreier. Das noch nicht. Braucht noch einen Kill. Weg da. Das war einer. Nein, nein, die Granaten. Ey, Dika. Nein, das könnt ihr nicht machen. Ihr könnt... Das meine ich halt so. Ihr könnt nicht spawnen und das Erste, was ihr macht, ist nur Granaten werfen. Das ist dumm. Das könnt ihr einfach nicht machen. Hm, ja, ich war halt noch One-Shot. Ist dann auch in einem One-Shot geendet, ne? Jawohl, da war noch ein Dreier. Nice. Drohne doch mal raus. Zwei. Komm schon, noch ein. Nein! Ich hab keine Ahnung. Das war nur pures Chaos. Hat Spaß gemacht. Aber wir haben deutlich dominiert, ne? Gegen das Team. Hat schon Spaß gemacht. Mal sehen, wie lange... Wetten, wir brauchen wieder einen. Komm schon, zeig's mir. Bitte. Sag mir eine. Sag mir eine. Es... Nein! Okay, okay. Eine. Drei. Jawohl. Okay. Dann können wir auch rausgehen. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Alright, da sind wir wieder zurück. Ich war... Äh, ja. Im Urlaub, wollte ich gerade sagen. Nee, weil... Ich konnte das Spiel jetzt gerade... Ich kann... Was ist das denn jetzt? Knockout? Okay. Ich konnte das Spiel jetzt gerade nicht spielen. Weil... Multiplayer war nicht installiert. Ich konnte... Shipman spielen, weil Warzone installiert war. Aber mehr auch nicht. Was ist aufgenommen? Okay, wir spielen jetzt im Blick. Komplett anderen Modus hier. Den haben wir geholt. Nice. Ich wollte, nachdem ich die Waffe voll gespielt habe, offensichtlich, ähm, weiter Multiplayer. Aber ich... Ich will dann mal weg von Shoothouse. Äh, Shipman. Was ist Shoothouse? Von Shipman. Aber ja, äh, Shipman kann man spielen, wenn man Warzone installiert hat. Aber sonst... Ne, nichts. Auch interessant irgendwie. Ohne anmachen. Oh mein Gott. Wow. Wow. Die, ich lebe noch. Let's go. Oh mein Gott. Jetzt dominieren wir über diesen Modus, hoffe ich. Oh mein Gott. Der war... Knappi mappi. Oh, er kam von hinten. Hat die beide gesniped. Let's go. Oh, wir gehen auf jeden Fall hier lang. Schade. Okay, nice. Ich hab nur einen Kill, glaub ich, jetzt gemacht. Ja. Aber trotzdem, ey. Wenn ich das jetzt komplett ohne Tod schaffen würde, ich würde das schon ein bisschen feiern. Haben wir noch gar nicht gemacht. Jo, meine Grafikentstellung anscheinend Müll. Aber egal. Dafür 300 FPS. Zwei Leute anscheinend. Wir haben das Paket. Ziele überprüfen. Wechsel das Magazin. Wir haben das Paket fallen. Wir lassen. Nein. Die letzte Minute. Der Feind hat das Paket gewichert. Oh, fast verstorben. Oh, ein bisschen knapp. Bin ich ehrlich. Oh. Was? Alter, wie hat der mich... Oh. Wir hatten fast alle Streaks gehabt in diesem Modus. Und das hätte ich jetzt gerne gesehen, wie er mich geholt hat. Okay, ich hab mal einfach die Uhr durchlaufen lassen. Wie schnell hat er mich eigentlich getötet? In 0,16 Sekunden. Das sind 160 Millisekunden. Lass uns doch mal ganz kurz testen, was die menschliche Reaktionszeit denn so normalerweise ist. Ich hab hier so einen kleinen Reaktionstest. Ich glaube, die meisten Leute können ungefähr einschätzen, wie lange die Reaktionszeit eines Menschen sein sollte. Rote Kreise werden zu grün. Was schaffe ich? Oh, 209 ist gut. Das ist gut. Ah, 234. 227, okay. Das ist so ungefähr das, was ich erwarte. 234. Oh, ich bin konstant auf jeden Fall. 209 nochmal. Okay, muss man sagen, das ist echt ganz schön gut. Ihr könnt gerne mal auch den Test machen, würde mich interessieren, was ihr daraus habt. Meine normale Reaktionszeit, und die ist auch eher auf der schnelleren Seite, ist 222 Millisekunden offensichtlich. Und der junge Mann hat mich in 160 Millisekunden getötet. Wir müssen auch einfach ganz ehrlich sagen, ich glaube, das ist einfach ein System, das nicht gut ist. So schnell sterben zu können, in so einem Spiel, dass man nicht darauf reagieren kann, das macht den Leuten, glaube ich, keinen Spaß. Ich sag nur. Boah, keine Chance, ne? Nur noch 12 zu 2. Den haben wir. Oh mein Gott, yes, der Dreifachmörder, Junge. Yes. Let's go, Mann, Alter, das war, das war eine geile Runde. Ey, das war ein richtig gutes Match, was ist jetzt los gewesen? Oha, ehrlich, guter Abschluss. So kann das Spiel Spaß machen, und, äh, bis zum nächsten Mal. 16 zu 2 haben wir gespielt. Was habe ich denn da eigentlich überhaupt eingestellt? Ich weiß es gar nicht. Das ist schon so lange her, dass ich die Waffe gemacht habe. Moment, die Darn-Schalldämpfer. Nicht eingestellt. Ernsthaft? Hab ich die nicht eingestellt? Ich hab die gar nicht eingestellt. Äh, aber das ist, ja, passt ja. Ich hab die gar nicht eingestellt, das ist die fertige Waffe, die ich gespielt habe. Hat Spaß gemacht. Also, kann man bestimmt verbessern, doch und so. Ist halt eine starke Waffe, ne? Bis wieder. Jo, ich glaube, da fehlt etwas. knows. Also, wenn du jetzt vorberections hast, gibt's auch letztendlich. Vielen Dank.